sieht ja nett aus ich bin ein wikinger so was steht hier diese statue erinnert an die alten soldaten von arkon die bei der verteidigung der stadt gegen eine invasion von sie aus starben traurig war wer auch möglich ein karl ist aber das wollen wir jetzt nicht obwohl wir können uns heiltränke kaufen aber auch überhaupt baut sie die waffe dann bin ich schneller ich hoffe der krieg keine hässert hier ja auch nicht ist das jetzt ich konnte mir jetzt aussuchen wohl lange ich lauf oder was rau guck mal ein eistrollen oder was auch immer darf ich nicht pieksen was g siehst ja freundlich aus so geht das natürlich immer ganz einfach immer schön taktik oh god nein bitte bis ja gut nein ihr macht weiter nein bitte auf bitte 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 ja einfach auf bitte schlag mich einmal schön kräftig damit ich hinfliege und ja ja genau genau er macht es immer noch er hat aufgehört er hat aufgehört gut au au lass dat lass dat lass dat lass dat lass dat nein es tut weh wenn er kaputt geht aber er auch nicht was sind hier ein keine ahnung was ein ja mann ein eiskristall bestehend aus eis das man essen kann yay ein eis ohne stil ein buch kreaturen des nordens kann man sich informieren wohl ist auch nicht so schlecht aber ne das lese ich doch nicht hier ist es falsch verdammt ach hier ist eine trufung etwas übersehen aber nur fast noch ein wilden zeitalter trank das ist gut ich will aber meinen kaufmöglichker habe ich gerade in dem moment jetzt entschieden erst mal auf 40 bringen bevor ich da etwas mache hier das das ich glaube nicht alle meine scheißschläger aus seit ihr verdammt erfahrungshogel das kleine teil war auch durch oh oh hi oh hi oh hi au da taas ich ja nicht hin ey äh äh als 1 jawoll da ist alles ja grabschändung ist immer wieder toll grabschändung ist immer wieder toll vor ritenstreifen gesichtstätowierung wunderbar an diesem ort fiel eine äh fiel eine gruppe von 6 händlern den belverine zum opfer was von ihren körpern übrig liegt ist hier begraben wohl ist ja nicht besonders viel wenn 6 waren ne nicht ganz so viel aber ich sehe hier gerade keine ne nein wum wum ist ja nicht mit bedingst kannst du mir das bitte sagen man jawoll wie wie kannst du mich jetzt treffen wer hat mich getroffen ich kann mir mal jemand sagen wie er mich getroffen hat stirb endlich du scheiß tai stirb 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 so jetzt blitzt natürlich noch weiter ich glaube ich lad nochmal den spielschirm gleich neu weil so ist das ein bisschen nervig würde ich mal sagen so ein bisschen auch wenn es nur ein bisschen ist ein bisschen nicht fertig danke hä 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 oh god noch so ein viel noch so nice troll ja oder was gesundheitsverstärkung interessant ok ok ich habe alles unter Kontrolle ich habe alles alles unter Kontrolle nein geht nicht verdammt ich habe ihn getroffen 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 hat der eine gerade 1000 Schaden gemacht ja gut ich habe gerade irgendwie 11.000 geredet auf nicht treffen ist gegen die regeln auf sind auf wir ich habe ihn getroffen Ja klar, ferngesteuert hier oder was? Was ist das für ein Scheiß? Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal Guck mal, was ist das? Was ist das? Warum? Warum machst du das jetzt? Warum? Warum machst du das jetzt? Warum? Mein Scheiß-Kampfmögliche-Wärter, Alter Ist nicht lustig, nicht lustig! Ich habe oft zu lachen Wow Gesundheit, äh, nein, nicht Gesundheitsrang, sondern Ihr wisst, was ich meine Hoffe ich, zumindest Ich weiß es meistens, zwar selbst nicht, aber Haha, hi Was haben wir denn eigentlich hier? Glaubst du mit Schnitter hier? Ich bin der Schnitter, sieht man doch Ich habe mich nur neu eingekleidet Gott, was ist jetzt mit der Kamera los? Mann War aber scheiße So, bevor jetzt hier irgendwas gemacht wird, ich lade nochmal Mal verwenden Welchen wir stand? Hä? 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 So, und wir sehen uns gleich wieder. Und wie ist es euch in letzter Zeit so ergangen? Alles noch fit? Dort, wo es fit sein muss? Hä? Ich meine, das waren jetzt ein paar Sekunden. Das ist eine lange Zeit. Kann schon sehr lange sein. Wenn man... Au, au, au. Hey, ihr seid doch verkackte Scheiß. Das ist OP, Kack. Ihr seid Marcel E. So. Reicht. Schnell. Zu schnell. Halt die Fresse. Das hat mich jetzt selbst getroffen. Boah, schlag doch nicht so schnell zu. Was ist mit meinem Scheiß-Kack-Kombo? Ah, Kack, Scheiß. Stör. Jetzt geh ich kaputt, Alter. Nicht lustig. So ist von gar nicht lustig. Ah, was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Pfff. Pamm. Pfff. Pamm. Okay, es ist auf 16. Auf 16 ist es. Pfff. Ah, okay. Der Bug ist immer noch vorhanden. Schön. Das freut mich ja. Übelst. Ach nein, sie sind kaputt. Oh Gott, oh Gott. Nein, bitte nicht. Kaputt. Kaputt sind sie. Ja, dann... Ja, dann. Ich würde mal sagen... Scheiße. Denn meine Komm... Nein, meine, meine Dingens geht jetzt langsam runter. Und ich kann nix machen, weil ich die ganze Zeit hier rum besetze, verdammt. Boah, alter Schwede. Oh ja, es regnet gerade. Wie ist es auf? So, danke. Was machst du? Meine Fris. Jetzt kann ich mal so laufen. Ja, warum... Warum... Warum wieder nur den... Einen? Warum? 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 Danke. Boah, meine Fressen. Komm, mit 30 wäre ich zufrieden. Komm, mit 30, komm. Ach komm. Fick dich. Einfach mal. Fick dich. Einfach mal. Fick dich. Und mein Kampfmodellkartor ist wahrscheinlich jetzt weg. Oder auch noch nicht. Aber zum Teil. Und fast. Er steht bei 12. Jetzt ist er bei 11. Ich kann mich richtig dick am Popo lenken, wie ich siehle. Was scheiße ist das? Ich krieg den echt gar nicht vor, den Kampfmodellkartor in letzter Zeit. Niek vielleicht an den Gegnern. Vielleicht. Oh, Conskeule. Ah ja, okay. Hey, wieder bei 9. Ich könnte jetzt dringend, aber kriege ich ja 8000 jeweils. Ja, nee. Fälligkeitsdränge sind für mich da zu wertvoll dafür sein, tun, machen. Was sind das für die Nebengänge hier überall? Oh, guck mal. Wieder angeln. Oh. Das ist... Das Tate ist alt. Ich bin ja sehr älter geworden. Ich kann nicht mehr so viel Action hier, ne? Das ist auch was gemütliches. Wie angeln. Viel Geduld brauchen wir dafür. Und viel... Ich klicke. Eine gute Maßnahme. Ich... Ich krieg dich irgendwann. Irgendwann, ne? Ich nehm mal einen anderen Finger. Vielleicht geht das ein bisschen besser. Komm. Ach komm. Komm. Du kannst mich jetzt nicht verarschen. Klapp doch. Halleluja. Ist das der jetzt für den Teil? Bafel. Ja. Und du bist ein Lebenselixier. Halleluja. Und wo ist mein Kampfbild, die Karte? Ja, ist ja schön. Ach, er kann endlich wieder laufen. Und hampelt nicht so komisch herum. Mit seinem Arm. Hallo, Dornenrose. Scheiße. Wie war die Reise? Scheiße. Ich stehe eher auf Teleporter. Gut, dass euer Siegel die Hiesigen aktiviert hat. Ich konnte mich gründlich umsehen. Und dieser Steinehaufen sieht recht interessant aus. Ach. Seht ihr die Inschriften? Ich werde zur Gilde zurückkehren und an der Übersetzung arbeiten. Begebt euch doch nach Snow Spire und redet mit Schnitter. Er erwartet euch. Bis später. Das hat er mir nicht schon mal gesagt, dass er es erwartet hat. Aber nein, wir gehen erst mal zu dir. Weil, keine Ahnung. Weil Leute keine Zeit haben. Was ist denn da? Was ist das? Kannst du mir das mal sagen? Was ist das? Also da kommen wir noch nicht durch, würde ich mal sagen. Und es ist ziemlich warm hier. Schaut auf jeden Fall so aus. Sagst du ob Levien? Du willst du ob Levien oder was? Weißt du halt wie nicht. Ich kann mich hieran gar nicht erinnern. An den ganzen Abschnitt. Boah, noch mehr Angeln. Kein Bock. Kein Bock. Wie viel? Ah. Was ist hier ein Herbst. Dann... Wie viel? Wie viel? Vielen Dank.